Das ist Sirac. Er ist 10 Jahre alt und hat Krebs. Ich habe ihn gefragt, was seine größten Wünsche sind. Und heute erfüllen wir ihm seine größten Wünsche. Ich heiße Sirac und ich bin 10 Jahre alt. Und du bist ein sehr hübscher Junge. Ja. Ich habe dir auf Instagram geschrieben, ob du irgendeinen Wunsch von mir hast. Ja. Und du hast mir geschrieben, dass du dir gerne eine PS5 wünschst. Ja. Dann machen wir deine Augen zu. Jetzt kann ich deine Augen aufmachen. Das ist erst mal deins. Danke. Bitteschön. Aber du hast noch einen Wunsch von mir. Erinnerst dich noch? Das Ding ist, du willst ja auf die Malediven gehen. Ich weiß jetzt aber nicht, wann ihr auf die Malediven wollt. Sommerferien. Sommerferien. Okay. Sobald ihr auf die Malediven wollt, hier sind jetzt zwei Tickets. Kannst du mir schreiben und du fliegst auf die Malediven. Ja. Hast du Lust? Ja. Kannst mit deiner Mama, mit deinem Papa. Ich weiß halt nicht, wie es dir gesundheitlich geht. Kann ja schwanken. Danke. Ist ja ganz normal. Oh. Das ist das Süßte, ich schwöre. Es gibt so viele Menschen, die deine Krankheit besiegt haben. Und auch du wirst es schaffen. Guck mal, deine Haare sind schon wieder gewachsen. Okay? Mhm. Immer den Kopf oben halten. Willst du irgendwas sagen? Nein. Kannst gerne sagen. Danke. Dahtal. Das ist das.